Willkommen zurück. Heute sind wir mal wieder bei NG Motorsports in Helpsen. Tim ist auch wieder mit am Start. Hallo. Heute wird es mal wieder so so richtig richtig technisch und zwar machen wir heute mal ein bisschen was anderes und zwar gibt es heute so eine kleine Versuchsreihe. Die haben wir in der Vergangenheit hier schon öfter gemacht, allerdings haben wir das ganze noch nie verfilmt und jetzt dachte ich wäre es eigentlich mal an der Zeit, dass wir das euch auch zeigen, weil ich denke gerade bei dieser Thematik wird da schon relativ viel Interesse sein. Um das ganze beim Wort zu fassen, wir haben hier hinter uns stehen, was ist das? Eine sogenannte Fließbank, ein Strömungsprüfstand, auf der wir normalerweise Zylinderköpfe simulieren oder testen, hauptsächlich Zylinderköpfe. Fließbank heißt? Es ist eine Messapparatur, mit der man Luftströmung erzeugt und simulieren kann und dabei misst, wie viel Luftdurchsatz ein spezifisches Bauteil erreichen kann. Das heißt mit anderen Worten auch, man misst quasi den Verlust, der entsteht? Du misst dadurch auch den Verlust und kannst halt einfach so wie wir mit unseren Zylinderköpfen beispielsweise oder heute Thema Filter, du kannst Bauteile gegeneinander messen und dabei feststellen, erst mal ganz stumpf gesagt prozentual, wie wirkt sich was aus, wie wirkt sich eine Änderung aus, wie kann ich den Luftstrom optimieren. Okay, also da ist quasi, ich sag jetzt mal unten, einen Lufterzeuger drin, der saugt dann durch eine Blende die Luft und die geht dann hier quasi rein. Das ist ganz stumpf gesagt ein riesengroßer Staubsauger mit furchtbar viel Leistung und du hast die Möglichkeit, wir können das ja an der Fließbank selber auch nochmal zeigen, du hast halt an der Fließbank grundsätzlich ganz ganz viele verschiedene Einstellmöglichkeiten. Du kannst die Strömung umlenken, sodass du einmal, bezogen wieder auf Zylinderköpfe, ganz stumpf saugen kannst durch die Fließbank. Du kannst aber von unten auch im Prinzip die Strömung umkehren und rauspusten, wenn du beispielsweise in einem Zylinderkopf die Auslassseite messen willst. So und dafür kann man beispielsweise hier so zentral einmal umschalten. Wollen wir jetzt in die eine oder in die andere Richtung den Luftstrom lenken? Das heißt, ihr habt ursprünglich diese Maschine euch angeschafft zum Optimieren eurer Zylinderkopfbearbeitung, um den Kopf möglichst so zu gestalten, dass es möglichst gut strömt. Genau so ist es. Es gibt halt immer wieder Sachen, mittlerweile nach vielen vielen Jahren hat man schon fast alles gesehen, aber gerade so in der Anfangsphase gab es einfach viele Momente, wo man Dinge ausprobiert hat und gedacht hat, das hätte ich mir niemals gedacht, dass das jetzt an der Stelle so einen krassen Einfluss hat. Gibt es Erfahrungswerte, ob sich das so ein bisschen mit der Realität deckt, also ob ihr zum Beispiel einen Kopf hieran optimiert habt und der später im Betrieb auch wirklich besser funktioniert? Ja, also ganz abstrakt gesagt, wenn man jetzt einen Zylinderkopf XY verwendet, der macht, um einfach nur eine einfache Zahl zu nennen, 100 CFM. Diese CFM ist ein Volumenstrom, die die Fließbank gemessen hat. Wenn ich das Ganze optimiere und 20 Prozent raushole auf 120 CFM, dann hat in der Theorie der Motor erstmal die Möglichkeit, 20 Prozent mehr Leistung zu generieren. Wenn aber im Motor nicht der Zylinderkopf alleine die tatsächliche Engstelle, also die Begrenzung ist, sondern zum Beispiel der Luftfilter oder irgendeine Ansaugbrücke, die davor ist oder eine kleine Drosselklappe, dann kann man diese 20 Prozent nicht eins zu eins in Leistung umrechnen. Man könnte es theoretisch, aber es ist der Idealfall und es ist halt immer noch ein System im Sinne von Ansaugbrücke, Drosselklappe ist es vorgeschaltet und natürlich auch nachgeschaltet über Auspuffanlage, was natürlich auch irgendwo dann noch einen Einfluss hat. Okay, wir sind heute aber nicht wegen dem Thema Zylinderkopf hier, sondern ich will seit, weiß ich nicht, bestimmt ein, zwei Jahren schon eigentlich dieses Video machen zum Thema Luftfilter, weil ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie krass die Unterschiede in verschiedensten Filtern sind. Deswegen haben wir ja auch ein bisschen was mitgebracht. Wir haben hier heute für euch verschiedenste Sportluftfilter oder Pilzluftfilter, wie man sie auch nennt. Und zusätzlich, das wird für euch wahrscheinlich am meisten interessant sein, habe ich aus meiner Limo den originalen Luftfilterkasten mitgebracht. So, und selbst hier können wir drei verschiedene Filter testen und können auch diesen Luftfilterkasten mal im Vergleich zu einem offenen Filter testen. So, das heißt, wir, die Maschine macht jetzt quasi immer den gleichen Unterdruck auf der Unterseite. Ja, ganz simpel gesprochen. Ich gebe der Maschine über diesen Flowcom Computer einen Messunterdruck vor, den die Maschine vollautomatisch dann anfährt, den regelt sie ein und zeigt dann ganz einfach gesprochen erstmal nur den Volumenstrom bei der eingestellten Druckdifferenz von Schließbank innen zu Außenatmosphäre. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich denke mal, wir werden eh während des Messens noch genug erklären und das ist am Ende einfacher. So, also das heißt, unser Versuchaufbau ist jetzt eigentlich nur, ich sage jetzt mal, eine Blende, die das Rohr hält und den Übergang bildet zu dem Rohr hin. Ja. Und jetzt zur Sekunde messen wir einfach stumpf ein offenes, abgesägtes Rohr. So, genau. Das machen wir. Der Unterdruck ist eingestellt. Genau. So, jetzt gucken wir uns einfach erstmal an, was an Flow zustande kommt, wenn wir auf den gewünschten Messunterdruck, der wird hier links angezeigt, das sind in diesem Fall 10 Inch Wassersäule. Das ist einfach so, man könnte es halt, ich sage mal, in europäischem Maßstab messen, aber Fließbänke weltweit werden eigentlich immer, sämtliche Fließbankmessungen werden immer in diesen Inch H2O angegeben und deswegen tun wir das auch so, weil damit einfach auch eine international bessere Vergleichbarkeit möglich ist. Ich wehre mich zwar dagegen, das ist so ähnlich wie so ein Leistungsprüfstand, eine Fließbank 1 zu 1 mit den Ergebnissen von Deutschland in den USA zu vergleichen, weil der gesamte Messaufbau so schnell so einen großen Einfluss hat, dass das sehr schwierig ist, aber trotzdem halten wir uns wenigstens an die, ich sage mal, US-amerikanische Vorgabe. Und ich schalte das Ding mal ein, dann gucken wir mal, was das Rohr als solches einfach abgeschnitten macht. Also ihr seht jetzt, dass er hier quasi den gewünschten Unterdruck von diesem 10 Inch abfährt und hier ist quasi die Schwimmung wieder ausgesultiert. Was man, ich weiß nicht, ob das später rüberkommt, man hört so ein gewisses Heulen jetzt, also rein akustisch hört man eben schon, dass hier Verwirbelungen stattfinden. So, das hat natürlich auch mit dem scharfen Eintritt hier des Rohres zu tun. Hier ist ja kein Trichter oder so, es ist einfach nur ein stumpf abgesägtes Rohr und das mag die Luft eben auch grundsätzlich mal gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt mit dem offenen Rohr, waren ungefähr wie viel? 4,37, 4,38. So, dann wir notieren das Ganze mal. Offenes Rohr, 4,37 CFM. Vielleicht kannst du den Zuschauern nochmal kurz erklären, was bedeutet überhaupt CFM? CFM ist Abkürzung für US-amerikanisch Kubikfuß pro Minute. Also im Prinzip steht das für einen Volumenstrom. Okay, das heißt, wir haben auf der Unterseite einen festen Unterdruck und messen dabei das Volumen, was einfach durchgeht. Genau. Okay, ich denke, so könnt ihr euch jetzt schon ein bisschen besser vorstellen, was wir hier machen. Als allererstes fangen wir jetzt mal mit einer Messung an und stecken einfach nur auf dieses offene Rohr, einen Reduzierschlauch, der einfach von 76 auf 100 ausgeht, weil wir dadurch halt schon mal einen leichten Trichter da drin haben. Okay, das heißt, wir sehen nur diese, ich sage jetzt mal, dieser Trichter auf 100 Millimeter vergrößert den Luftfluss von 437 CFM schon auf 521 CFM. Und wir sind ja immer noch weit von dem Optimum entfernt. Wir haben ja schon gesagt, leider haben wir jetzt keinen kompletten runden Trichter, der dann zeigen würde, wohin man kommen könnte. Also jetzt grob geschätzt würde ich sagen, wir könnten vielleicht, wenn wir jetzt hier den optimalsten Trichter, wie auch immer, drauf schnallen, vielleicht bei 540, 550. Also wir sind schon sehr nah dran. Wir sind schon ziemlich nah dran, aber nichtsdestotrotz sind hier drin halt immer noch Stufen und Kanten. Und auch der Übergang von dem Silikonschlauch in das Rohr bildet eine harte Kante und kostet immer noch. Aber um jetzt dem Zuschauer das wirklich nochmal so ganz stumpf und einfach zu verdeutlichen, ist es jetzt mit diesem Schlauch so, dass wenn auf der Seite mit der gleichen Kraft angesaugt wird, haben wir immerhin schon mal 20% mehr Flow. So kann man das, glaube ich, für den Laien auf die Stelle schon mal erklären. Okay, so nun haben wir dabei vier verschiedene Pilzluftfilter. Wir fangen mal an. Achso, erstmal dazu gesagt, ich habe bei der Auswahl der Filter versucht, darauf zu achten, dass natürlich alle Filter den gleichen Anschlussdurchmesser und ungefähr die gleiche Größe haben. Natürlich sind die nicht 100% identisch, aber wir haben probiert, es ungefähr gleich zu lassen. Dies ist so ein typischer, ich glaube, 10 oder 20 Euro Ebay-Filter. Mit dem, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir erinnern uns, komplett ohne Filter hatten wir ein Flow von 437 CFM. 444, 445. So, das heißt, wir sind immerhin schon bei 444 CFM. Das heißt, selbst der Filter beruhigt die Luft schon mal mehr als komplett ohne Filter. Das heißt, der Aberglaube, dass die Leute im Auto immer denken, komplett Luftfilter, alles raus, gerade das Rohr enden lassen, ist eigentlich so mit das Worst-Case-Szenario. Das ist schlecht, ja. Da fährt man sogar mit dem 0815 Luftfilter immer sogar besser, ne? Ja. Okay. So, mit welchem geht es weiter? Triff du die Auswahl. So, wir nehmen einfach mal den hier. Filter Nummer 2. Zack, bis Anschlag drauf, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob man es später hört im Video. Aber das ist halt jetzt schon rein akustisch, dass sich das Ganze komplett anders anhört. Viel ruhiger. Ruhiger, ja. Es hört sich ruhiger an, ja. 497. 497 CFM, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal 10% über dem anderen Filter. Können wir die mal in der richtigen Reihenfolge hier stehen lassen? Wir sagen mal eins, zwei. So, jetzt geht es weiter mit Filter Nummer 3. Unterschied bei Filter Nummer 3 ist, der hat auf jeden Fall schon mal hier, ich sag jetzt mal, eine erweiterte Filterfläche durch diesen Konus in die Richtung. Und der ist auch gefühlt eine Art Töhmchen größer. 4,71. Okay, das ist krass. Da hätte jetzt wahrscheinlich in dem Moment keiner damit gerechnet, dass ein Filter, der eigentlich ein bisschen größer ist, als auch die zusätzliche Fläche hat, am Ende weniger Flow erzeugt quasi. Hast du eine Idee, woran das liegt? Das ist hierbei verhältnismäßig einfach. Wenn ich hier alleine reinfasse, merke ich, dass der Boden von dem Filter ganz scharfkantig ausgebildet ist. Das heißt, hier drin ist quasi eine 90-Grad-Kante und damit sind wir wieder ganz nah bei dem Prinzip abgeschnittenes Rohr, kein Einlaufradius, erzeugt irrsinnig viel Verwirbelung. So, der ist halt wirklich ultra, ultra scharf. Der, wenn ich hier reinfasse, der hat innen schon so einen ganz leichten Trichter mit eingespritzt. Man sieht es auch ein bisschen in dem Außenradius, sag ich jetzt mal auch schon, dass es hier ziemlich spitz ist und der halt schon ein bisschen runder ist. Okay, dann kommen wir zu Filter Nummer 4, welches auch unser Favorit ist und ich sag mal auch schon leicht optimiert auf das Ganze ist. 4,98. 4,98 CFM. Okay, das heißt, dieser Filter wiederum ist schon mal vom Flow her besser als der Filter. Allerdings ist es auch bei dem Filter so, dass eigentlich diese zusätzliche Filterfläche gegenüber dem Filter eigentlich keinen Vorteil bringt, was den Flow angeht. Wahrscheinlich wird der vielleicht von der Filterwirkung am Ende her noch ein bisschen besser sein, aber was den Flow angeht, sind die beiden Filter auf jeden Fall identisch. Was an beiden schön gemacht ist, dass sie hier im Inneren noch diesen Anschlag für das Rohr haben. Also wenn man den hier drauf steckt, man merkt, dass der ganz sauber drauf geht. Das heißt, auch der Übergang vom Rohr in den Kunststoffbereich ist dann halt in dieser Stelle auch sofort verschwunden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hinter dieser Kante ist bei dem Filter auch noch eine Rundung, wie ein kleiner Trichter. Man müsste jetzt mal einen aufschneiden. Allerdings merke ich bei dem Filter auch noch, dass dahinter eine ziemlich harte Kante um die Ecke kommt. Das heißt, hier müsste man theoretisch noch ein bisschen weiter optimieren, dass diese Kante auch noch wegkommt. Und dann kommt man wahrscheinlich schon dem Optimalfilter recht nah an. Ziemlich nah, ja. So, das waren jetzt die typischen Pilzluftfilter. Der eigentliche Hintergedanke meiner Seite aus, das ist nämlich auch für mich ein Neuland. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich würde natürlich gerne den Luftfilterkasten von meiner Limo mal messen. Erstmal kurz für die ganzen Zuschauer. Original RS4 Luftfilterkasten, Eigenbau-Luftmassenmesser. Natürlich ist der von innen leicht modifiziert, wie eigentlich alles am Auto. Das heißt, hier ist ein Alu-Trichter drin und der Luftmassenmesser ist größer. Nun haben wir aber den großen Vorteil, dass wir natürlich das Ganze auf unserem Versuchsausbau auch einfach messen können. So, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ganz klassischen Papierfilter-Variante. Kennt jeder, ist immer standardmäßig im Auto drin. Und so weiter. Ne, wir machen es auch anders, wir fangen mal ohne Filter an. Wir fangen mal komplett ohne Filter an, so wie auch viele, wobei nein, ich finde es am coolsten mit Papierfiltern. Wir gehen quasi die Reihenfolge durch, wie man eigentlich ein Auto optimieren will. Hier sieht man auch noch mal meine leichte Luftfilterkastenbearbeitung. Da ist natürlich ein dezentes Loch drin zum Ansaugen, aber so könnt ihr jetzt schön den Papierfilter sehen. Und jetzt, genau, brauchen wir den Reduzierer wieder. So, jetzt stecken wir den da drauf. Jetzt müssen wir es einmal anziehen. Los geht's. 439. 439 ist fair. Also man hat jetzt auf jeden Fall ganz extrem gehört, wie es natürlich viel, viel leiser und ruhiger wird. Man kann sich ja fast noch daneben unterhalten. Wir haben jetzt einen Flow von 437 CFM. Das heißt, wir sind quasi auf genau dem gleichen Stand, wie wenn wir das einfach abziehen. Und so messen wir. Was ja eigentlich schon mal immerhin gar nicht so schlecht ist, wenn man sich überlegt, dass wir immerhin dafür so einen krassen Papierfilter drin haben. Ist natürlich nicht gut, aber... Ist nicht so gut, ne. So, nun tauschen wir den Papierfilter gegen ein... Ich glaube ein Baumwollfilter ist das, ne. Würde ich mich nicht täuschen. Ich meine, das ist Baumwolle. Ein Baumwollfilter. Ich glaube ein Baumwolle. Okay. Nope. Also man sieht hier gut, dass es hingegen bei den Filtern, also hier war ja mehr oder weniger die Filterfläche egal, hier ist es ja schon so, dass der Papierfilter einfach nicht genug Durchlass hat und so quasi der Flow gedrosselt wird. Der hat schon mal ein bisschen mehr Durchlass, somit geht der Flow auch nach oben. So, jetzt gibt es Premiere im deutschen Fernsehen, den Luftfilter, den ich eigentlich in meinem Auto fahre, in der Limo, der wurde bisher nirgendwo gezeigt, weder auf irgendwelchen Fotos, irgendwelchen Livestreams oder oder oder. Das ist nämlich ein ganz spezieller Filter, wie er auch wirklich im richtigen Rennsport zum Einsatz kommt, zum Beispiel in der MotoGP. Das ist ein angefertigter Filter, der hat natürlich kaum noch Filterwirkung, weil hier ist einfach nur ein Sieb hinter. Dieses Sieb ist aber mit Absicht quasi quer zur Strömungsrichtung, um ein bisschen mehr Fläche zu erzeugen und dass der Dreck, der dann wirklich durchströmt, da auch drin hängen bleibt. Ich habe ihn noch nicht sauber gemacht, man sieht tatsächlich, wie ein bisschen Dreck drin hängt. Aber das Besondere von diesem Filter ist die andere Seite. Wir haben hier eine Wabenstruktur, die quasi die Luft hinter dem Filter nochmal beruhigt, was halt besonders wichtig für mein Luftmassenmesser ist. Funktioniert auch wirklich extrem gut. Man merkt es schon, als ich damals die Filter getauscht habe, beim ersten Start merkt man schon, wie der Motor einfach eine Art Türmchen früher anspringt, weil er halt einfach die Luft im Luftmassenmesser schneller richtig messen kann, so würde ich es jetzt mal formulieren. Und jetzt bin ich natürlich umso gespannter, wie der Filter funktioniert. Dann gibt es übrigens nicht zu kaufen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich da eine kleine Serie von anfertigen lasse. Mal gucken, wie die Resonanz so ist. Vielleicht kann man sich das doch nochmal überlegen. Aber wie ihr mal wieder seht, an dem Auto ist wirklich nichts, was dann am Ende wirklich dann doch original oder vielleicht wie bei wem anders ist. Da haben wir schon wirklich viel Gedanken dazu gemacht. So, jetzt aber weitergehen. 4,75 ist fair. 4,75? Ja. Okay, wundert mich persönlich jetzt nicht, dass der besser funktioniert als der Baumwollfilter. Sonst hätten wir nämlich verdammt was falsch gemacht damals. Cool. Das heißt, wir sind jetzt schon immerhin fast auf einem ähnlichen Niveau wie so ein Pilzluftfilter. Da ist ein bisschen Differenz noch. Wie ein guter Pilzluftfilter. Wie ein guter. Am interessantesten würde es jetzt natürlich, wenn wir einfach dieses Konstrukt wahrscheinlich mal ohne Filter messen, um einfach mal gucken, ob der Filter jetzt gerade noch eine Drossel ist oder ob er schon gar keine Drossel mehr ist. Wir messen das Ganze ruhig mit dem Kasten wieder. Wobei das wäre vielleicht gleich auch mal interessant, dass wir beides. Also wir messen jetzt erstmal einmal mit und dann messen wir gleich auch zusätzlich mal ohne. Da werden sich jetzt bestimmt viele an seine, viele an ihre Mofazeiten früher erinnern, wo man hier einfach so einen Darmstrumpf zwischen gespannt hat. Okay. Okay. Ich würde den höchstens plus 1 CFM 476 vielleicht. Aber da siehst du schon, du bist eigentlich mit dem richtig guten Plattenfilter auf Niveau wie ohne. Das heißt, es würde auf jeden Fall nichts bringen, den Filter jetzt komplett rauszuschmeißen. weil mit dem Filter habe ich schon mal die Luftberuhigung am Luftmassenmesser und zusätzlich halt immerhin noch eine geringe Filterwirkung. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Papierluftfilter. Aber so jetzt gibt es hier den den XXL offenen Luftfilter. Mal gucken, was das Ding so kann. 502. 502. 502. Das heißt, für mein Anwendungsprinzip ist theoretisch die Drossel der untere Kasten. Da lohnen sich vielleicht noch ein paar extra Löcher. Noch ein paar Löcher mehr rein. Dann habe ich jetzt aber zur Sekunde noch eine Idee. Dann messen wir doch jetzt einfach mal so jetzt den Filter noch drauf. Dann müssten wir eigentlich alles einmal durchgemessen haben. 4,98. Okay, also es ist schon eine minimale Drosselung. Wenn man es prozentual ausrechnen würde, ist es quasi nichts mehr. Aber was halt jetzt natürlich noch umso entscheidender ist, ist halt der Unterschied wirklich mit dem Filter mit Kasten drauf und quasi ohne den Kasten drauf. Das heißt, da ist definitiv noch was zu holen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, also Aufgabe erkannt. Ich werde in naher Zukunft dieses Plastikteil weiter optimieren. Ich kann jetzt schon dazu sagen, man sieht schon an der Rundung, viel Platz ist da im Motorraum leider nicht. Viel gehen wird da nicht. Und man müsste sich über das Motorraum mal angucken, ob es Sinn macht, in einem gewissen Bereich jetzt weiter auszuarbeiten. Dass wenn man dem jetzt mehr oder weniger seitlich noch eine Öffnung gibt, eine Querströmung würde ich glaube ich nicht so gut finden. Man muss einfach gucken, können wir uns ja nochmal ein bisschen Gedanken zumachen. Also prinzipiell sitzt der Soda drin, hier ist Radhaus und hier ist Motor. Also nach hier wird wahrscheinlich eher kontraproduktiv wegen Krümmer und so weiter sein. Ich meine, selbst hier hast du in der Ecke noch ein bisschen Fleisch. Wenn wir jetzt gerade bei den Filtern gesehen haben, wie entscheidend es ist, dass da wirklich keine Ecken und Kanten sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war das eher semiprofessionell, wie ich das so ausgesägt habe. Ich sag mal, so brauchst du diese Gewinde hier drin? Das wird wahrscheinlich nicht mehr messbar sein, aber ich würde sie rausnehmen. Weg damit. Ne, cool. Ja, geil. Ja, das war ja so ein bisschen mal, um euch zu verdeutlichen, was halt so technisch geht, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Was man auch immer, was ich halt immer cool finde, ist, wenn man sich erst was überlegt und es dann auch noch belegen kann. Das finde ich halt ist auch immer ein cooler Nebeneffekt. Jetzt haben wir eure Flow Bench schon mal genutzt. Jetzt eine Sache haben wir noch, die zeigen wir euch kurz, um nochmal so ein absolutes Negativbeispiel zu zeigen. Und zwar nehmen wir einfach so einen schönen, ich nenne ihn jetzt mal Belüftungs- oder Ansaugschlauch. Den können wir da auch ganz einfach dran stecken und können euch jetzt einfach mal ein bisschen den Flow zeigen, wenn wir einfach nur das Ding ein bisschen abknicken und so weiter. Also man hört gleich wieder, dass es viel, viel lauter ist durch diese spitzen Hand hier oben einfach. Interessant ist auf jeden Fall, wir sind jetzt schon mal schlechter als nur das offene Rohr. Ja. Also das Rohr muss für die Länge dann doch so einen Verlust erzeugen, dass wir definitiv da drunter sind. Ja, und wenn wir das Ganze abknicken, geht der Flow halt wirklich extrem zurück. Was aber extrem interessant ist, wenn wir jetzt einen Filter draufstecken, achten wir mal, was passiert. Ja. 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 Also selbst das abgeknickte Rohr strömt mit Filter drauf noch besser als ohne. Man hört es auch direkt akustisch immer, sobald es leiser wird, ist das schon immer besser. Ja, cool. Also auf gar keinen Fall so bauen. Sollte aber auch jedem vorher klar sein, dass das nicht das Optimum ist. Ich finde es eine coole Sache. Ich denke, jetzt kann sich jeder zum Thema Luftfilter ein bisschen was vorstellen. Gerade so, wenn es auch um einen Luftfilterkasten geht. Weil so wie man jetzt gesehen hat, ist ja ein Luftfilterkasten gar nicht mal unbedingt immer von Nachteil. Weil man muss jetzt auch eine Sache dazu sagen. Deswegen kann man das nicht so ganz jetzt auf den reellen Vergleich, ich sage jetzt mal, anwenden. Der Luftfilterkasten ist jetzt natürlich auch länger. Wir müssten jetzt theoretisch diesen Verlust, der hier in dem Rohr steht, wahrscheinlich bei den Filtern auch noch einmessen. Das heißt, wir müssten den Filter eigentlich, um das 1 zu 1 vergleichen zu können, nicht hier positionieren, sondern auch eher hier oben. Und dann wäre im Zweifelsfall der Luftfilterkasten sogar auf dem gleichen Niveau wie so Pilzluftfilter. Aber ich glaube, wofür man diese ganzen Messungen auf jeden Fall nehmen kann, ist, um die Filter bei gleicher Anwendung untereinander zu vergleichen. Genauso wie unser Beispiel Papierfilter. Man sieht halt, wie schnell 10% Unterschied entstehen, ohne dass man das vorher so mit dem Auge hätte glauben können. Ich persönlich finde diese Maschine super geil. Was können wir ja noch alles so drauf machen? Was könnte man hier in Zukunft noch so... Mindestens mal Zylinderköpfe. Zylinderköpfe. Also... Ich sehe hier nämlich schon, beziehungsweise nicht dort, hier auf der Tabelle sehe ich es, dass ihr normalerweise nämlich sogar den Flow bei verschiedenen Ventilhüben in den Zylinderkopf messt. Genau. Das heißt, ihr simuliert quasi, wie weit das Ventil auf und zu geht. Und ich denke, bei dem Thema belassen wir es jetzt auch. Super interessantes Thema. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall noch ein Video zumachen. Mal gucken, in welcher Konstellation zu welchem Thema. Wir haben ja noch so ein paar Optimierungen diesen Winter vor uns. Ja. Und dann danke, dass die Maschine zur Verfügung gestellt hat. Sehr gerne. Ich hoffe, du bist mit dem Ergebnis auch zufrieden. Ich fand es... Also es ist das, was ich so ein bisschen erhofft, erwartet hatte. Und ich fand es halt schön anschaulich, dass man die Werte wirklich mal zeigen kann. Und ja. Dann wünschen wir euch allen ein gutes Rest 2018. Genau. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr bei NG Motorsport wieder. Ciao. 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 Ciao.